Das T steht für Coach. Heute mit Heimatkunde für Anfänger. Für welche Region in Deutschland steht dieses Lied? Na? Oh, du schöner Westerwald. Oh, du schöner Westerwald. Über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein. Das schönste Mädchen vom Westerwald ist 72 Jahre alt. Das ist sehr idyllisch hier alles gelegen. Es ist aber auch ein kleines bisschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ein kleines bisschen, alles gut. Ist am Arsch der Welt. Deswegen sind wir hier so ein bisschen im, ich will nicht sagen im Nichts, aber zumindest im kleinen Tal. Das ist wie Sahara, du läufst, du läufst immer wieder nichts. Ja, und hier im Westerwälder Nichts spielen die Jungs vom SC Union Beiroth Walroth in der Bezirksliga. Bezirksliga, das ist ja geil. So hoch war man noch nie, ne? Das ist schon besonders für uns, weil es letztendlich ein Dorfverein ist oder zwei Dörfer, die zusammen sind im Verein sind. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Die letzten sechs Jahre hat das in der Bezirksliga unter Spielertrainer Thomas in Beiroth auch großartig geklappt. Nur in diesem Jahr herrscht Katerstimmung. Abstiegsgefahr. Im Moment stehen wir leider nicht so gut da. Ja, ich glaube wir sind drittletzter oder viertletzter. Da oben, das muss man doch wissen. Auf jeden Fall unten in der Tabelle. Wir sind 13. Der erste Nicht-Abstiegsplatz. Das ist hier. Das Ganze nennt man wohl mentale Blockade. Seit sie in der Bezirksliga sind, haben sie nämlich nie gegen den Abstieg gespielt. Und deswegen klemmt es ein bisschen in der Birne. Wenn wir ein, zwei Spiele verlieren sollten direkt, dann stehen wir auf einmal auf dem letzten Tabellenplatz und dann brennt der Baum richtig. Das Problem an der Sache ist natürlich auch der Kopf, dass man permanent darüber redet, Abschiebskampf, 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 Abschiebskampf. Deswegen, wenn wir da sind, müssen wir auch versuchen, die Köpfe freizukriegen. Wir sagen einmal, es geht um Abschiebskampf und dann ist das Thema vorbei und dann müssen wir trainieren, ganz normal trainieren und auch ein bisschen Spaß reinkriegen. Wenn du Spaß hast, dann vergisst du natürlich die Sachen. Deshalb hat Spielertrainer Thomas Schäfer an Hans geschrieben. Thomas ist als Spielertrainer in der Bezirksliga eine Art Dinosaurier. Wie viel ich weiß, ist es der letzte Spielertrainer in der Bezirksliga. Der letzte? Das ist leider ganz richtig, ja. Normal ist Spielertrainer ja eher in der unterklassenen Kreisklasse. Da gehen dann oft dann erfahren Leute hin, wie aus der Bezirksliga oder aus der Verbandsliga, die halt sagen, okay, ich trete jetzt noch ein bisschen kürzer, will langsam mit dem Trainer anfangen, sind dann da noch der überragende Spieler, meistens dann noch, weil sie halt höher gespielt haben. Aber in der Bezirksliga ist das halt schon eher selten. Dafür gibt es auch einen Grund. Je höher das Niveau, desto mehr ist ein Wirken von außen notwendig. Genau das ist aber bei einem Spielertrainer nicht möglich. Schließlich spielt man ja selbst, ne? Als Spielertrainer bin ich heiß und kalt sozusagen. Ich denke, ich bin grundsätzlich recht nah an der Mannschaft dran, eben weil ich auch eben noch Spieler bin. Versuche natürlich dann die Balance irgendwo zu finden zum Trainer, dass man eben auch einen gewissen Respektsabstand hat. Wenn du Trainer bist, musst du ja irgendwo hart sein. Du musst ja Disziplin einfordern. Wenn du das nicht machst, dann kannst du vergessen, dann macht jeder Spieler, was er will. Richtig. Deshalb hat das Dasein als Spielertrainer nicht nur Vorteile. Dagegen spricht vielleicht, dass man manchmal nicht immer einen an der Seitenlinie hat, der einem von außen oder von außen das Spiel sieht und einem noch von außen ein paar Tipps geben kann, weil er halt selber auch auf dem Platz steht und da auch mit sich dann zu tun hat. Also die Schwierigkeit als Spielertrainer zu sein, ist einfach, dass du Dinge einfach auch von taktischer Natur aus nicht sehen kannst, wenn du auf dem Platz bist. Denn du hast ja von außen eine völlig andere Draufsicht. Ja, absolut. Als Spielertrainer, wenn du auf dem Platz bist, hast du natürlich eine komplett andere Sicht. Und du achtest auf dich, aber du musst auf dich achten, du musst auf jeden einzelnen Spieler auch nochmal achten. Das ist als Stürmer noch extremer, weil du halt den Abstand nach hinten, der ist schon recht groß. Ich glaube, wenn du als Spielertrainer hinten spielen würdest, wäre es auch ein bisschen einfacher, weil du das Spiel eben vor dir hast. Und angreifbar macht man sich nebenbei als Spielertrainer natürlich auch. Wenn man in der Kabine sitzt, wenn man sich von einem eklatanten Fehler spricht, und man wird auch kritisiert, dann denkt man sich natürlich immer erst mal, stimmt das jetzt so? Oder du hast doch selber eben den schlechten Pass gespielt oder sonst irgendwas. Das ist immer erst mal der erste Gedanke bei einem. Ich denke, dass Thomas alt genug und erfahren genug ist, um zu wissen, bin ich gut genug, helfe ich der Mannschaft heute weiter oder helfe ich der Mannschaft nicht weiter? Wie ist denn das, wenn der in der Kabine ist zum Beispiel, sagt er dann, wow, du hast aber gut gespielt heute? So sich selber oder scheißt er sich selber dann zusammen? Fragst du mich? Ja. Fragst du mal, ich ruf den an und dann frag ich ihn kurz. Okay. Aber du hast ja alle Telefone, Mann, Wahnsinn. Ja. Hast du auch von Lady Gaga vielleicht? Ich weiß, warum? Stehst du drauf? Ja, ich steh. Du siehst nicht geil aus, aber reicht. Für Beroth-Wahl-Roth reicht es aktuell gar nicht. Der mögliche Abstieg aus der Bezirksliga droht, auch wenn sie es nur ungern zugeben. Trotzdem, welche Bedeutung hat das Thema Abstieg bei euch? Sehr wichtig, weil ich möchte nicht als Absteiger gelten oder so. Sehr, sehr wichtig, weil es mein letztes Jahr ist und ich auf gar keinen Fall absteigen möchte. Beroth gehört eigentlich in die Bezirksliga und ich will auch alles dafür tun, dass wir drinbleiben. Jetzt seit einem halben Jahr geht es halt mal ein bisschen in die andere Richtung, deswegen ist es auch eine neue Erfahrung für mich. Dinge, die ich lernen muss, lernen kann, aber aus diesen Dingen will ich eigentlich auch gestärkt hervorgehen als Trainer und natürlich dementsprechend auch der Mannschaft helfen mit meiner Erfahrung. Und deswegen ist es für mich auch sehr, sehr wichtig, logischerweise das Zielklasse her zu schaffen. Rasenschwein. In Sachen Fußballphrasen sind die B-Roder definitiv ein potenzieller Aufsteiger. Komm Hans, hau auch mal einen raus. So eine richtige Fußballer-Phrase. Was fällt dir zum Beispiel zu den Trainingsleistungen der B-Roder ein? Ich sag mal so Stichworte Tempo, Dynamik, Energie. Das Training ist sehr lasch. Langsam auch. Und man sagt ja, so wie du trainierst, du spielst ja auch Ding. Du kannst den Schalter einfach nicht umdrehen. Also die reden besser als die spielen. Den Schalter sollten sie besser schnell finden, denn als nächstes geht es gegen einen Mitkonkurrenten. Die SG Elbert ist ein Aufsteiger, die neu gekommen sind in dieser Saison. Stehen im Moment, glaube ich, zwei Plätze über uns mit ein, zwei Punkten Vorsprung. Das ist sehr wichtig, weil Elbert eben auch nur ein paar Punkte vor uns liegt und wie die mit dem Sieg halt wieder einfach in diesen Strudel, in diesen Abziehstrudel mit reinziehen können. Das wäre natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel für uns, wenn wir das gewinnen. Ja, jedes Spiel ist natürlich wichtig. Noch realistisch genug, um zu sagen, dass in dieser Liga, in der wir spielen, jeder jeden schlagen kann. Deswegen hoffen wir halt, dass der Hans und sein Team uns noch ein paar Prozent aus uns rausgekitzelt bekommen an dem Spiel, dass wir Elbert schlagen werden. Die sind schon alle Millionäre mit dem Schwein. Ich sag mal, der Fußball hat seine eigenen Gesetze. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Sie dürfen jetzt den Sand nicht in den Kopf stecken und müssen die Räume eng machen. Also flach spielen und hoch gewinnen. Der Hans könnte uns helfen, den Kopf freizukriegen, da wir alle sehr unter Druck stehen. Die sind auch unter Druck. Lieber Hans, sorg bitte dafür mit deinen Methoden, dass wir am Sonntag gegen Elbert drei Punkte holen und am Ende der Saison nicht absteigen. Dann hast du dein Ziel voll und ganz erreicht. Wir werden kommen, wir werden alles dafür tun. Das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Wir werden alles geben dafür. Notfalls. Und DING, drei Punkte holen. Wichtig ist auf dem Platz. Äh, was? Wichtig ist auf dem Platz. DING, nicht hier am Wasser platschen. Abstiegskampf im Westerwald. Die Stimmung auf dem Kunstrasenplatz in Altenkirchen, unweit von Behroth, ist leicht angespannt. Den Spielern ist die Wichtigkeit des Moments anzumerken. Es gilt, den Kopf freizukriegen. Ich komme aus Polen, verstehe ich deutsch. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sind bei euch. Das Thema ist Abstiegskampf. Ihr seid zwar gut in die Rückrunde gestartet, aber ihr wollt natürlich sicher sein, dass ihr nicht absteigt. Dafür wollen wir sorgen, besonders jetzt am Sonntag das Spiel, wenn wir das gewinnen, machen wir einen guten Schritt. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auch für die Moral, jemanden, der nicht weit weg ist, zu schlagen. Marek spürt die Anspannung intuitiv und versucht ein bisschen Lockerheit in die Truppe zu bringen. Ja, ich freue mich einfach. Und ich bin so ein bisschen auch guter Seele. Das heißt, wenn ihr Probleme habt mit Rechnung, Mahnung oder irgendwie, ich bringe meinen Schwager, macht euch Wohnung, dann... Mich interessiert der Gegner, muss ich sagen, ein Scheißdreck, weil wir schlagen auf uns. Wir sind hier ein Team und ich bin von SC Beroth-Waroth, Union AC Beroth. Also Dankeschön, dass wir hier sind. Dankeschön. Die erste Übung soll den Berodern Passsicherheit bringen. Hans will von Anfang an Aktivität und Qualität sehen. Der Ballführer hat den Ball, Namen anrufen wie jetzt auch. Thomas spielt den Ball zurück, spielt zum Dritten, aber geht zu einem freien Hütchen. Verstanden? Von der ersten Person nur den Namen rufen, nur von dem ersten Pass. Und komm, los geht's. Da wir uns ja diesmal bei einer Bezirksligamannschaft befinden, sind Hans' fußballerische Ansprüche etwas höher als gewohnt. Stopp, 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 stopp. Es geht nicht um Passstärke, es geht um Qualität jetzt. Qualität, den Ball dort hinzuspielen, wo du ihn haben willst. Dann kann es nicht sein, dass der erste Pass das Feste ist. Ist doch klar, dass ihr einen Fehler macht. Man sagt ja immer, die Passschaffe soll gut sein, aber für einen Mitspieler muss es so sein, dass er dem auch was mit dem Ball anfangen kann. Die Spieler sollen sich darauf fokussieren, die richtige Mischung aus Passgeschwindigkeit und Ansprache für den angespielten Mitspieler zu finden. Gleichzeitig müssen sie den freien Raum im Blick haben. Freies Hütchen gleich freier Raum. Stopp, stopp, stopp. Du musst, wenn du den zweiten Pass gespielt hast, nicht zu den Hütchen gehen, den gespielt hast, zu einem freien Hütchen. Okay? Passgeschwindigkeit, Name des Mitspielers und Blick für den freien Raum. Das sind drei Abläufe in einer Aktion. Bislang schaffen das die B-Roder ganz gut. Man merkt, dass wir erstmals in der Bezirksliga sind. Hans fordert die nächste Stufe. Das ist schon deutlich schwieriger, denn in dieser Spielform muss man den übernächsten Pass schon im Kopf haben, bevor man den ersten spielt. Gleichzeitig ansagen und dann in den freien Raum laufen. Was ihr alle falsch macht, ist, dann zu dem freien Hütchen zu laufen. Das ist wie Freilaufen. Ihr habt abgeschaltet damit, aber ihr seid immer noch im Spiel. Immer dabei denken. Für sein erstes Torwarttraining hat Marek auf YouTube unter Manuel Neuer Training eine Übung gefunden, die er mit dem B-Roder Torwart Conny ausprobieren möchte. Ich schieße den Ball erstmal so in die Arme, du springst rüber, tauchst darunter durch wie Limbo und ich schieße dir unten den Ball in dem Moment in die Arme. Was meinst du, wie viel kannst du schaffen? Fünf mindestens. Die Latte ist hoch, Conny. Das ist aber gut. Er ist lieber oben als unten. Das schneiden wir alles raus, das kommt. Du machst sechs perfekte Springe. Marek meint natürlich fünf. Das sollte für den Anfang auch reichen, denn die Übung ist sehr komplex. Sprungkraft. Sich klein machen, um dann mit Dynamik reaktionsschnell den Ball zu fangen, geht selbst bei den eher erbärmlichen Schüsschen gut auf die Pumpe. Das war nichts zu machen. Das war nichts zu machen. Wenn du es schaffst, trinke ich einen kleinen Wodka auf Ex. Wenn ich es schaffe, trinken wir gleich im Vereinsheim einen Bär-Roder-Schnaps. Einen Bär-Roder-Schnaps? Einen Bär-Roder-Schnaps. Einen Bär-Roder-Schnaps, das ist ein roter Schnaps. Das ist ein ganz, ganz hoch edles Gebräu. So ein Kräuter, Kirsch, Dornfelder heißt dieser Schnaps. Das ist unser absoluter Heim-Schnaps sozusagen. Der gibt uns auch viel, viel Kraft. Den kann jeder trägen. Mann, Frau, Kind. Also wie ihr wollt. Kind, Baby. Gerne. Ich bin auch ein Bär-Rod jetzt. Deswegen Brüderschaftsdruck. Keine Ahnung. Komm, komm, Kani, komm, jetzt hast du ihn. Und drei, dabei, 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 dabei. Jawohl, bis jetzt alle gehalten. Drei. Noch komm, jetzt starten wir fünf. Und letzter, komm, letzter, letzter. Jawohl. Das ist Maschine. Das ist deutsche Maschine hier. Sehr gut. Junge, Junge, Junge. Auch Hans fordert die Bär-Roder mit einer Übung aus der Profi-Abteilung. Das Umschaltspiel. Jedes Team hat drei Spieler und auf jeder Seite zwei Tore. Es fängt mit einem Eins gegen Eins an. Nach jedem Angriff kommt ein Spieler dazu. So entsteht eine Überzahl und man muss umschalten. Dieses Umschalten, stellen die Defensive schnell wieder in die Offensive in so kurzen Phasen, dann musst du hellwach sein im Kopf. Und nochmal, los. Und genau das ist das Bär-Roder-Problem. Der Kopf, der Fokus, das Bewusstsein. Sie machen zwar die Übung, aber insgesamt für die Ansprüche, die Hans an eine Bezirksligamannschaft stellt, viel zu langsam, zu wenig dynamisch und viel zu unkonzentriert. Wenn wir den Ball gewonnen haben, dann muss die Post abgehen. Ihr könnt nicht, wenn ihr den Ball gewonnen habt. Die Jungs machen sich ja gar keine Gedanken. Du sagst denen, wir machen das und das und dann machen sie das einfach. Dann wird das gemacht, aber warum? Warum? Ganz genau. Und es geht ja einfach darum, haben sie den Ball gewonnen, dass wir schnell nach vorne spielen. Schnell den Stürmer anspielen, der den Ball hält, die nachrücken und wir eine Torchance haben. Das Umschaltspiel ist sicher eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Durch das stetige Hin und Her ist der Körper schnell am Limit. Der Kopf muss dafür umso wacher sein, um die richtige Reaktion abzurufen. Das sorgt bei den B-Rodern schon nach wenigen Spielzügen für Kirmes in der Birne. Hier, Kopf einschalten. Das ist ein Fußball-A und O. Man muss immer gucken, was passiert. Bin ich auf der linken Seite, was passiert auf der rechten Seite? Und deswegen ist das so eine komplette Übung, die ich sehr gut finde. Die Aufgabe ist, so schnell wie möglich ein Tor zu machen. Gewinnen wir den Ball, dann können wir nicht nochmal quer spielen. Nochmal quer, dies. Dann muss es so schnell wie möglich sein. Da ist das Tor. Gewollter Nebeneffekt des Umschaltspiels. Es schult den Abschluss. B-Rod hat eine der schwächsten Offensiven der Bezirksliga. Mit dem Umschaltspiel möchte Hans die Frische im Kopf einerseits und die Schnelligkeit im Abschluss andererseits trainieren. Beides kann im Abstiegskampf entscheidend sein. So, so, das war richtig. Das war richtig. Gut, gut. Und grün halt mal. Komm, komm, ihr drei, komm. Komm, komm, komm. Das ist vielleicht für mich auch eine Sache, wo ich mich absolut schon verbessern kann. Das muss man dann sagen, und zwar neben diesem Punkt der Wiederholung. Das wirklich auch permanent zu machen. Vielleicht auch nicht nur einmal das einmal alle zwei Wochen zu machen, und du machst es halt alle zwei, drei Wochen ein, zwei Mal. Du tust was eben nur mit reinpacken ins Training, in jedes Training, dass du auch wirklich permanent diesen Sinn da verschärfst. Weil ich glaube schon, dass, was er gesagt hat, auch diesen Automatismus zu schaffen, den kriegst du wirklich nur durch Wiederholung hin. Apropos Wiederholung. Weil Torwart Conny wiederholt fünfmal über die Stange gehüpft ist, muss Marek nach dem Training nun seine Wette einlösen. Bär oder Schnaps auf Eggs. Er tut das auf polnische Weise. Ihr seid ein super Jungs, super Mannschaft. Und als neuer hier Mitglied, ich muss mich auch hier dazu sein, integrieren. Und deswegen würde ich vorschlagen, ich trinke jetzt von euren guten Wasser. Also in Polen alles, 122 Prozent ist Wasser. Trinke ich zehn Mineralwasser. Oder, Jungs? Jawohl, jawohl, jawohl. Das polnische Karussell, mache jetzt hier zehn nebeneinander. Kommen, aber sag mal elf Freunde müsst ihr sein, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Einer, wer noch? Einer, wer noch? Einer, wer noch? Și, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. 1,4,5ίennst-Hausfer. Na mal älger. Ich bin ganz allein. Alles gut. Ich fühle mich hier akzeptiert. Ich habe jetzt meinen ersten Wohnsitz gemeldet. Und ich glaube, die Jungs haben auch gesehen. Die haben gesehen, Bruder ist hier und ein neuer. Du bist akzeptiert. Du bist einer verloren. Guck, wenn selbst Spielercoach kommt. Chef, stimmt eigentlich eine neue Staffel? Hans Sarpay, das T steht für Coach, geht wieder los. Und wir suchen wieder zehn neue Mannschaften? Ich suche zehn neue Mannschaften. Die Sendung heißt ja Hans Sarpay, das T steht für Coach. Ja, stimmt natürlich. Also du, Hans Sarpay suchst. Aber mit Assistent Marek. Also ich helfe dir, wo ich kann. Bewerbt euch jetzt unter www.telekomfußball.de Von Kreisliga D bis Oberliga, alles ist möglich. Egal ob Männer- oder Frauenmannschaften. Wir nehmen jede Herausforderung an. Ich, ich nehme jede Herausforderung an. Zurück bei das T steht für Coach. Nach Mareks erfolgreicher Aufnahmeprüfung in Beiroth hat sich Hans für die Team-Challenge was Scharfes ausgedacht. Moin zusammen. Moin. Ihr seid eine gute Mannschaft. Ihr seid eine geile Mannschaft. Aber ihr könnt eure Konzentration nicht wirklich auf 100 Prozent halten für 90 Minuten. Ihr knickt immer ein. Und da haben wir uns heute auch was überlegt, wie wir das mal spielerisch hinkriegen. Mit spielerisch meint Hans den japanischen Schwertkampf Mugai Ryo Iaido. Er hat sich die Hilfe von Andreas geholt, um die B-Roder das Fokussieren zu lehren. Hier vorne zur Wand hin ist der Angreifer als erstes. Ja? Das heißt, nehmt die Haltung ein. Rechtes Bein ist vorne. Passt auf euch auf. Ja? In dem Moment muss ich das sagen. Es fängt jetzt an ein bisschen ernster zu werden. Hier beginnt auch der Fokus. Also aufpassen. Schwing mal raus richtig. Hier ist. Gehen wir raus. Leiten auf den Kopf ab und stoppen hier. Unsere Seite öffnet. Linkes Bein zieht vor. Schwertkampf. So. In dem Moment gehen wir rechts raus. Leiten ab. Und auf den Kopf. Angreifen, ableiten und eine neue Aktion einleiten. Immer im Fluss. Immer fokussiert. Bei Conny und Co. klappt das auf Anhieb. Nur Marek braucht Nachhilfe. Ausholen. Und jetzt mit dem rechten Fuß noch nach vorne. Den noch nach vorne. Und nicht so. Von oben nach unten. Also wir gucken nochmal so. Rett auf. Einen Schritt nach vorne. So. Ganz genau. Ey. Mike. Das geht um Leben und Tod. Das heißt, ein kleiner Fehler von mir oder von ihm führt dazu, dass es vorbei ist. Und vorbei heißt beim Schwert, einer blutet, einer steht. Wenn du nicht fokussiert bist oder konzentriert, wirst du das nicht hinkriegen. Geh mal deine rechte Spalt zurück. Deine rechte. Ne, das rechte. Und dann kannst du zuschlagen. Wenn du den Schritten mehr raus machst. Oberbürgermeister. Weiß mal. Rechts und links. Ich bin Linksträger. Ich bin Linksträger. Das Problem bei Marek ist einfach, dass du sagst, es bewegt deinen rechten Fuß, dass der linken Fuß bewegt. Der rechte Bein. Ich bin froh, dass ich überhaupt zwei Schritte gehen kann. Danach war ich schon vorbei. Das ist schon für mich Leistung. Beim Drill Bill heißt es jetzt, im direkten Duell das Gelernte umzusetzen. Stellt euch voreinander. Und dann werden wir diese Übung in einem Drill, das heißt in einer dauernden Wiederholung, nochmal abrufen. Was dabei passiert ist, dass ihr euch im Kreis dreht und dabei ableitet und angreift. Er greift nicht, ja? Okay. Ich greife ihn noch. Mit derselben Beinarbeit. Marek geht für Polen an den Start. Thomas für Deutschland. Mit einem taktischen Manöver versucht Marek Verwirrung zu stiften. Ich will einmal konzentrieren. Konzentration auf den Kampf. Fokussierung auf den Moment. Guter Tipp. Der Kampf beginnt. Und ist sofort wieder vorbei. Ich hab doch verteidigt, was soll das jetzt? Ja, okay, du hast verteidigt, aber es geht trotzdem weiter. Richtig. Marek bleibt nach der ersten Bewegung nämlich einfach stehen, statt den Drill fortzusetzen. Hier. Ich hab verteidigt, ich hab geeignet. Der hat mich nicht getroffen. Ja, aber du hättest eben weitermachen müssen. Drill, also eine dauernde Wiederholung. Fokussierung, weißt du? Foku-was? Fukushima kann ich aber fokussieren. Weiter geht's mit dem deutsch-polnischen Duell. Für Deutschland ist nun Ungar Major im Ring. Für Polen der Deutsche Fabian. Fabian macht für Deutschland den nächsten Punkt. 2 zu 0. Aber Polen kämpft. Ingo verkürzt auf 2 zu 1. Anschließend gleicht Timo zum 2 zu 2 aus. Die Entscheidung fällt im letzten Duell zwischen Conny und René. Die beiden zeigen, was ein Drill ist. Also eine dauernde und dauernde Wiederholung. Nur Nuancen entscheiden diesen Schwertkampf. Conny macht den ersten Fehler. Aus! Deutschland holt den entscheidenden Punkt. Du hast verloren wegen Schritt oder irgendwas, oder? Irgendwann sagt er irgendwann, ja, ist verloren. Ich weiß nicht warum, aber... Die Auflösung fürs menschliche Auge kommt zu erkennen. Conny kommt jetzt aus dem Tritt. Hier! Und verliert den Kampf. Die nächste Challenge heißt Gurkenscheiben schneiden. Aber nicht einfach auf einem Brett mit Messer, sondern so. Mit Schwert und in der Luft. So. Und dann versuchst du unten, ne, quasi hier unten erst schon zu bekommen, dass du nicht gleich hier oben bist. Dass du so viele Stücke schneidest, wie möglich ist. Thomas beginnt für Deutschland und bekommt gleich zu spüren, dass bei mangelnder Konzentration Gurkenschneiden mit Schwert etwas schwierig ist. Erst auf den letzten Drücker schalten sich seine Synapsen wieder richtig zusammen. Thomas schneidet nun Scheibe um Scheibe. Jaaa! Die anderen haben ja gelacht am Anfang, ne? Und dann 13 Mal getroffen. Das hat man richtig gesehen, wie er fokussiert war. Er wollte so dünne Scheiben schneiden und so viel wie möglich. Und das hat er geschafft. Marek ist dran. Außer nach Krakauer hat der noch nie irgendwas geschnitten. Dein Tipp Hans. Einmal in der Mitte. Einmal oben. Ja, sind zwei. Und stopp! Von der Geringschätzung seines Chefs angestachelt, packt Marek der Ehrgeiz. Er möchte in 30 Sekunden mindestens so viele Gurken schneiden, wie er auch Beer oder Schnaps getrunken hat. Also mindestens elf. Erst mit dem letzten Schnitt verspielt er den Sieg, weil er gleich ein Drittel der Gurke vernichtet. Ich kann doch nicht gegen den Klosch gewinnen, ne? Aber war gut. Für mich war ich zu viel. Ich sagte, ich schaffe nur zwei. Das Schwierige bei der Gurke ist, dass es keine Salami ist. Weißt du? Weil ich bin Anti-Veganer und das ist für mich Feindwild. Also das kann man sagen, da ist er erst mehr motiviert. Aber ich war ein bisschen Angst gehabt davor. Am Ende setze ich halt Qualität durch. Der erste Punkt geht knapp an Deutschland. René ist nun für das deutsche Team an der Gurke. Er erweist sich erneut als treffsicher, fokussiert und nervenstark und säbelt Stück für Stück der grünen Frucht ab. Zwölf Punkte, ein guter Durchgang. Conny steht also mächtig unter Druck. Mareks Torwart-Training scheint ihm nicht gut getan zu haben. Er trifft nichts und wenn, dann nur mit roher Gewalt. Sieben Scheiben, Deutschland führt 2 zu 0. Es muss etwas geschehen. Wir liegen 0-2 hinten, aber das Spiel ist nicht verloren. Das heißt, wir schaffen das jetzt. Morgen kann auch 0-2 sein und wir drehen das noch. Okay? SC B-Rot. Nach dieser fulminanten Ansprache von Motivationswunder Marek sind die Polen heiß wie Frettenfeld. Jeder Satz von Marek hat gesessen. Deutschland scheint beeindruckt und schneidet keine einzige Scheibe mehr. Lächerlich. Minus. Präsentation. 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 Polen schafft den historischen Ausgleich. 2 zu 2. Der Ungar Major geht für Deutschland als erstes ins Rennen und ist auf Rekordkurs. Wahnsinn! 4. 9. 6. 7. 8. 9. 8. 4. 11. Doch zum Schluss versagen dem 18-Jährigen die Nerven. Immerhin 12. Wenn du jetzt 13 Scheiben schneidest, dann kriegt Polen den Punkt. Und los! Die Chance für Polen, das größte Comeback seit Liverpool gegen Dortmund hinzulegen. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. Und tatsächlich! Dank totaler Fokussierung und Mareks magischer Motivation gewinnt Polen. Das Milchtütenmassaker muss die Entscheidung bringen. Wieder muss geschnitten werden, nur ist das noch ein bisschen schwerer. Das Ziel dieser Challenge ist es, dieses Pack zu schneiden. Das ist sehr schwer, weil das wird nicht gehalten. Nur wenn man die Milchtüte im richtigen Winkel trifft, kann sie tatsächlich durchtrennt werden. Wer das schafft, erhält zwei Punkte. Polen beginnt mit Fabian. Wenn die Tüte nicht durchtrennt wird, ist der Winkel der Flugbahn entscheidend für Sieg oder Niederlage. Ich bin nicht getroffen und der Winkel war hier vorne. Major macht kurzen Prozess. Der Winkel der Flugbahn scheint etwas besser zu sein. Hier. Die Klinge kann man hier direkt im Tetra Pak super ablesen. Die war recht gerade. Es ist aber ein bisschen zu wenig Speed gewesen. Aber der Winkel war besser. Habt ihr gesehen, dass es mehr nach vorne ging. Der Punkt, der erste geht an Deutschland. Runde zwei. Polen legt vor. Timo holt aus. Und der Winkel schien mir etwas zu spitz. Das war jetzt schon alles gut. Nur der Schlag war wieder rund. Ihr sollt das Schmerz wirklich von der Idee her nach vorne werben. Er hätte bestimmt sogar vielleicht geschnitten. Säbel nach vorne. Das lässt sich Felix nicht zweimal sagen. Der Winkel war besser. Hier war der Treffer. Schon wieder liegt Polen 2 zu 0 hinten. Und wieder hofft Marek auf die Kraft seiner Worte. 2 zu 0. Ich bin überhaupt nicht nervös. Wir machen jetzt kalt. Wir machen eine kalte Milch. Und? Schlagdruck? SC. Union. Marek schickt Wunderwaffe Conny ins Rennen. Mit nur einem Schlag könnte er Polen wieder ranbringen. Unglaublich. Unfassbar. Wahnsinn. Conny schafft das. Wofür gestandene Meisterjahre. Ach was sag ich. Jahrzehnte brauchen. Sauber durchgeschnitten. Die haben auch schon geweint, als Conny das gemacht hat. Die hatten schon Angst, dass er in doppelte Punkte zählt oder sowas. Ich habe schon den Angstschweiß, habe ich schon gerochen. Die haben sich die Hosen gemacht auch. Thomas muss jetzt dagegen halten. Aber er tänzelt für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Uuuuh, stecken geblieben. Was für eine Dramatik. Jetzt hat Marek die große Chance. Sein Versuch kann den Gesamtsieg bringen. Der pummelige Pole ist fokussiert wie nie. Er spürt aber auch die Last der Verantwortung. Seine Gesichtszüge entgleisen unter dem unmenschlichen Druck. Vorbei! Vorbei! Marek schlägt vorbei! Hans Assistent trifft das Ziel nicht und muss Hohl und Spott über sich ergehen lassen. Was für eine Demütigung! Der konnte der Tüte einfach nicht wehtun. Ja, aber ich wäre einmal gegen Gewalt. Ich möchte auch nicht, dass Kinder das sehen, weil das macht das nicht. Let it be, let it be, let it be, let it be. Einstand! Deutschland! Zwei, Polen, ein! Ja! Wir nehmen die Niederlage hin und lernen draus. Ich glaube am nächsten Mal, wenn Salami isst und Bier, dann gewinnen wir. Für das zweite Training hat Hans sich eine wirklich knifflige Passübung einfallen lassen. Passen und hinterlaufen. Hey, hinterlaufen, Jungs! Das bedeutet, wenn du den Ball spielst, musst du auch dem Ball entgegenkommen. Aber ist okay, geh dahin, ist alles richtig. Ist das Kratzen. Wie viel auf deiner Position? Du musst da hin. Alles gut. Du hinterläufst. Du musst direkt nach da klatschen und du musst dann da hin. Wenn ihr nicht konzentriert seid, funktioniert das nicht. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, wo ihr hinzulaufen habt und wo ihr hinzuspielen habt. Es darf nicht mehr sein, dass ihr sagt, wo muss ich hin? Bisschen ist lang, klatschen lassen, bis da, hinterlaufen, ganz genau, lass klatschen. Genau so sieht das aus. Dass es am Anfang schwer ist, das war mir klar, weil es ist was Neues, was Komplexes. Und deswegen habe ich es auch am Anfang ganz langsam gemacht, damit sie überhaupt wissen, was sie zu tun haben. Ganz genau, dorthin, hinterlaufen, hinterlaufen! Hinterlaufen zu tun. Hinterlaufen. Das Hinterlaufen simuliert Spielsituationen. Man passt und hinterläuft den eigenen Mitspieler, um so eine neue Anspielstation zu schaffen und den Gegner zu verwirren. Verwirrt sind zunächst aber nur die B-Roder Spieler. Das Hütchen hinterlaufen, den Spieler hinterlaufen. Die Hütchen sind jetzt nur Positionen, wo ihr steht. Aber wenn er spielt, hinterlaufe ich ja hinter den Spieler, nicht hinter dem Hütchen. Dann biete ich mich sofort wieder an. Es geht nur hinterlaufen. Wenn du gespielt hast, gehst du nach da und du bist direkt wieder hier spielen, wieder zurück. Gut, 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 zwei Kontakte gespielt. Gut. Hinterlaufen. Hinterlaufen ihn. Gut. Hinterlaufen, schnell, 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 schnell. Hinterlaufen, komm, 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 mach Tempo. Wenn du den Ball gespielt hast, dann kommt ein Zug hinterlaufen, wie im Spiel. Du willst den Ball haben. Da ist die Aktion. Da läuft sich tot. Nimm den Ball. Spiel. Jetzt kann es sich wieder ausruhen. Jeder auf Position. Thomas. Nur zugucken. Da das größte Problem der B-Roder ist, die Konzentration und Spannung über einen längeren Zeitraum zu halten, soll Spielertrainer Thomas mit seinen Jungs in Zukunft komplexe Übungen wie das Hinterlaufen oder das Umschaltspiel intensiv und regelmäßig trainieren. Wie das aussehen könnte, zeigen sie bereits nach fünf Minuten. Unter Anleitung funktioniert selbst das Hinterlaufen richtig gut. Und gut, und gut. In der Übung hast du gesehen? Ja. Du kannst dir keinen Blödsinn machen. Wenn du Blödsinn machst, fällt es auf, dass du Blödsinn gemacht hast und die ganze Mannschaft ist am Arsch. Du musst wirklich fokussiert sein. Die zehn Minuten, die du das machst, musst du wirklich für dich fokussiert sein. Du musst wissen, wenn ich da den Ball da einspiele, weil wenn ich den Fehler mache, ist die ganze Mannschaft am Arsch. Das Thema erledigt, ja. Und ich habe einen Scheiß gemacht. Das Schöne ist eigentlich, dass es auch alles Dinge waren, die du brauchst. Du brauchst Passspiele, du brauchst Klatschen lassen, du brauchst ihn zu laufen. Da bist du in solche Übungen sehr, sehr gut. Ich mache noch eine Challenge mit dir. Was? Wir machen noch eine Challenge mit dir. Wir machen ein Lattenschießen. Du siehst die Jungs hier, ja. Also wenn du es schaffst, die Latte zu treffen, bevor alle Spielerlinge getroffen haben, die Latte, ja, dann müssen alle Jungs 30 Stegestütze machen. Wenn allerdings die Jungs vor dir alle treffen, musst du die 30 Stegestütze machen. Jungs 30 Stegestütze, kann man die Liegestütze, kann man die verhandeln gegen was anderes? Zum Beispiel 10 Minuten Pause oder so. Eine Rückenübung, Thomas. Eine Rückenübung, Thomas. Dann zeig ich dir eine Rückenübung. Ja, eine Genastikübung. Jungs, jeder Ball mal aufsetzen am 16er. Marek, du auch hol dir mal einen Ball? Thomas dreht nun den Spieß um. Nach dem Desaster beim Milchtütenmassaker ist Marek gefordert. Erster Versuch? Gar nicht schlecht, aber Hans ist ein strenger Lehrer. Vier Versuche hat er noch, sonst muss er eine Minute Bankstütz halten. Marek, Fokus. Aber warte, zeig, was du kannst. Gut, gut, Marek, gut. Konzentration. Oh, fast. Scheiße, schlicht der Schuss. Scheiße, schlicht der Schuss. So wie Kurzer war er. Wir gehen alle in die Position, jetzt die Auffahrtsposition, Marek. Oh Gott. Ah, schön runter. War doch von Liebeschütze die Rede. Wann geht's los? Einfach nur halten, einfach nur halten. 26, 27. Ich sag Bescheid, wenn wir wechseln. Pass auf mal, guck schon mal hin. Guck mal hin, bitte. Quatsch nicht so viel. Du musst hier auf die rechte Seite mit Einbehebung rüber und hier halten. Ja? Wie ist Nummer von Thomas? 112, kann jemand wählen? Okay, wechseln auf rechts. Rechts auf rechts, Marek. Wechseln, ich weiß jetzt wo rechts ist. So, jetzt musst du mit dem Bein ja hoch, genau. Und halten. Schön halten. So, jetzt ganz, ganz wichtig. Ohne Absetzen, auf links rüber. Auf links rüber, links rüber. Auf links rüber und weiter halten. Jawohl, genau so. Genau so. Wenn du fortgeschritten bist, Marek, kannst doch noch mit dem Fuß hoch gehen. Beruhige dich. Ich wollte meiner Mutter sagen, dass sie sie üben. Playstation, willkommen mein Bruder. Jetzt müssen wir gleich wieder nach vorne. Ohne Auslandsfeuerung. Und jetzt halten wir. Guck, Kamera da, die anderen machen auch Übung. Ich hab extra gerade nicht getroffen. Und gut, okay. Und hoch und locker. Jetzt ausschütteln, ausschütteln. Ganz wichtig auch. Arme Beine ausschütteln. Alles schütteln, was du hast, Marek. Schön schütteln. Also Marek ist ein Talent. Der muss ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Muss mehr tun wollen auch. Ja, diesen Willen, diesen Willen verkörpern. Dass die Hans auch fokussieren. Und dann denke ich mal, das ist ja spätestens 2026 so weit, dass er Fußballspiel hat. Marek, Hand aufs Herz. Wo tut's weh? Hier. 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 Was ist denn? War doch nur eine Minute. Gleich. Wo ist Hans? Ich muss kotzen. Bei absolutem Traumwetter steht nun das 6-Punkte-Spiel gegen Elbert an. Hans will den Beroder-Spielern nochmal klarmachen, worauf es im Fußball wirklich ankommt. Wir haben jetzt so viel geredet. Das, das, wir müssen das machen, das, machen das. Wenn ihr als Mannschaft zusammenspielt, genau wie beim Training, geil auf dieses Spiel seid. Geil zu gewinnen. Geil ein Tor zu machen. Geil zu sagen, ey der Ball kommt. Bam, der geht rein. Nicht überlegen. Bam. Aber da ist diese Geilheit. Das Tor machen zu wollen. Den Ball zu sehen, das Tor und sonst nichts. Ich hoffe, die können einfach das umsetzen, was wir trainiert haben. Dann haben wir eine gute Chance. Wenn ein Freund von meiner Tochter kommt zu mir nach Hause und will meine Tochter haben. Er kriegt ihn nicht so einfach. Okay? Er muss was zeigen. Und wenn er scheiße ist, dann hau ich ihn aus der Wohnung. Ganz einfach. Ihr habt so einen geilen Coach mit Thomas. Der lebt dieses Team hier. Der lebt. Das merkst du von taktischen Besprechungen. Merkst du bei Mannschaftsbesprechungen. Überall. Thomas ist hier von erster bis letzte Minute. Und er lebt das. Und ich möchte, dass ihr diese Spannung, die er hat, auch zeigt. Vor uns ein langer weiter Weg. Auch davor haben wir alles. Jetzt habe ich euch vom Gefühl erzählt. Vom Gefühl, was man positiv gestalten kann. Dem man körpersprachen. Dem man konzentriert ist. Dem man geil auf das Spiel ist. Ja? Nichts anderes ist das heute auch. Wir wollen konzentriert sein. Wir wollen das machen, was wir Arbeit haben diese Woche. Dass wir wirklich da sind vorm Kopf her. Dass wir viel, viel, viel reden. Und uns viel helfen. Ja? Kämpfen. Kämpfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es darf nie Leidenschaft erwarten gehen. Das wisst ihr. Das ist jetzt schon raus bei euch. Bei euch allen. Jetzt gehen wir raus. Mein Premier ist scheißvoller. Auf geht's! Komm, 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 komm! Es ist vielleicht das wichtigste Spiel des Jahres. Ein Spiel, das die Weichen für den Rest der Saison stellen wird. Ich übergebe nun mit einer akuten Gänsehautentzündung an meinen Kollegen. Guido Hüsken. So, auf geht's also zum Kellertwell in der Bezirksliga. Ein Sechs-Punkte-Spiel. SC Beirut-Wallroth. Hans Sapeis Team in Weiß. Empfängt die SG Elbert zum wohl wichtigsten Spiel gegen den Abstieg. Im Hinspiel da war es ganz, ganz eng. Da hat Beirut 0 zu 1 verloren. Von Anfang an ein sehr, sehr intensiv geführtes Spiel. Aber Hans Sapeis ist nicht zufrieden. Wir spielen gar keinen Fußball. Das ist alles, was wir können. Sechste Spielminute. Ein Einwurf für die Gäste. Oh, Fehler in der Defensive. Schlecht geführt. Der 2-Kampf. Und das 0 zu 1. Bitterer Fehler. Ein absoluter Tiefschlag. Da müssen die viel, viel näher dran stehen an den Leuten. Keine Chance für Konstantin Redl im Tor. Und wieder der Gast in der Vorwärtsbewegung. Klasse Parade diesmal von Konstantin Redl. Da hat sich das Training mit Marek ausgezahlt. Den hält wirklich nicht jeder. Jetzt endlich mal Beirut in der Vorwärtsbewegung. Und das ist eine Riesenszene. René Pascal Nagel kommt frei zum Schuss. Aber wir sehen hier, Keeper Marvin Flesch fälscht das Ding noch ab. Und der Kohl hat dann am Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause. Das ist ein ganz langer Ball. Fabian Heinen auf René Pascal Nagel. Nächste Möglichkeit. Wieder ganz knapp vorbei. 0 zu 1 zur Halbzeit. Jungs, die greifen euch nicht mal an. Ihr kriegt Panik. Wenn ihr den Ball habt, habt ihr schon Panik. Wir hauen den Ball nach vorne. Viel Glück. Viel Glück, Thomas. Mach mal was. Geht eins gegen eins. Geht doch mal rein. Das haben wir doch im Training gemacht. Wir müssen den Ball haben. Schnell spielen. Spiel, Fußball. Druck machen. Druck, 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 Druck. Gleich geht's weiter. Das war die Forderung von Hans Sarpay in der Halbzeitpause. Und es scheint auch Druck zu geben. Thomas Schäfer mit der ersten Aktion. Schirri wechseln. Mann. Ingo. Ich spiele mehr Fußball. Ja. Such dir da was zu. Auch den Ball nicht nur wegzuhauen, auch Aktion zu machen. Hans bringt hier Pete Ostermann für Ingo Brandenburger. Und das bedeutet, dass Beroth offensiver wird. Und die Aggressivität ist auf einmal da. Schönes Auge für die Außenposition. Gut abgefälscht. Eckball danach. Endlich ist auch mal Ruhe drin in den Kombinationen. Und nochmal ein Eckball. Der kommt gut. An den kurzen Pfosten verlängert auf den zweiten. Tennis Heer ist da. Und die kriegen den Ball nicht in den Kasten rein. Noch einmal der Wechsel. Der Zehner kommt jetzt. Das ist Felix Felten. Ein offensiver Mittelfeldspieler. Standardsituation. Vielleicht so. Möglichkeit für Beroth und Felten. Gerade eingewechselt. Felix Felten mit dem 1 zu 1. Beroth ist da. Und da kommt der Keeper nicht mehr ran. Natürlich liegt er jetzt unten in der Traube der Felix Felten. Verdienter Ausgleich für Beroth. Die weiter nach vorne arbeiten. Daniel Frohn. Klasse, wie der den Ball hier abnimmt. Und dann aus der Drehung schießt. Aber auch gut gehalten vom Keeper. Beroth Wallroth stand mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 0 zu 1. Kämpft sich zurück ins Spiel. Und holt am Ende den verdienten Ausgleich. Der zweite Halbzeit war genau so, wie wir es wollten eigentlich. Wir haben wahnsinnig Torchancen gehabt. Unglaublich für zwei, drei Spiele. Ihr habt die Qualität. Ihr müsst nur wirklich in die Chancen 1 gegen 1 gehen. Die zu Fehler zwingen überhaupt. Ihr könnt das. Ihr habt das. Ihr habt das gezeigt auf jeden Fall. Der zweite Halbzeit war sehr gut. Mannschaftlich. Von jeden Einzelnen noch mal draufgepackt. Super als Mannschaft agiert. Besser geht nicht. Wir haben nur das Tor nicht gemacht. Braucht alle gar nicht die Köpfe runden haben. Wir haben einen Punkt geholt. Es war eine schöne Zeit mit euch. Wir beide waren sehr gerne hier. Weil ihr coole Jungs seid. Wir werden das natürlich beobachten. Und wir hoffen natürlich, dass ihr drin bleibt. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück noch. Und alles Gute. Vielen Dank Jungs. Vielen Dank. Es ist für mich die Zeit gekommen, Marek und Hans zu seinem ganzen Team Dank zu sagen. Für uns hat es wirklich viel bedeutender, dass ihr uns das auch so gegeben habt, wie ihr es mit uns gemacht habt. Nämlich im vernünftigen Rahmen, im sportlichen Rahmen. Marek, überragender Typ bist du, muss ich ganz klar sagen. Du kannst immer wieder herkommen. Für dich steht immer eine Flasche rosa bereit. Ich will noch ein paar Jahre daneben. Wie gesagt, vielen Dank von uns allen. Schön, dass ihr hier wart. Danke. Danke.